Spiegelbild Das klingt nicht so nett für dich, wenn das so... Nee, für die Scheiße Spiegelbild, also... Bestimmt so alle Spiegel verkehrt auf der anderen Seite, ne? Autsch Mal gucken Eine Scherbe, zwei Seiten oder wie? Warte mal Vier Seiten Vergiftete CDG-Generäger gesagt hat immer gegen... Immun gegen Gift, Anfälle gegen Blitz und Feuer Blitz hast du mit, ne? Blitz hab ich mit, ja gegen Sumpf-Trollhalle, ne? Begiftet So, das ist die Anzeige, das ist unter dem Mond Gift, Anfällig gegen Bitz und Feuer Das ist halt normal Troll, im Endeffekt nur, dass er jetzt noch giftig ist da vergiftet Ich kann das eins so lassen, weil... So, wie, watt, vier Seiten Vier Seiten hier unten können sie herkommen Warte, da... Und dann halt da, wo du auch lang gehst Ja, danke Gesundheit und so Und das hier rechts und klingst auch noch mal Unten Ja Eigentlich müssen wir ja nur hier oben stehen Und hier eigentlich irgendwie so bauen, dass die hier nicht durchkommen Was sehr... Ist das denn die Ortenfälle sind loser Gang? Ja, ja Na, mal, hier geht die Teile auf Wo brauchst du, da brauchst du? Ja, da brauch ich nämlich auf der anderen Seite, würde ich sagen Äh, ich mach schon mal heute ein Fesseln Na, ich bin noch am überlegen, was ich mitnehme Wie gesagt Ich drück da schon mal Komm, ich bin in die Scherbe Diese kleinen Bomber kommen nämlich nicht, da bin ich mich sogar am überlegen, Barrikaden zu nehmen Ach, wie gesagt Ähm, sei bitte vorsichtig, was du da machst, weil du kannst tatsächlich, ähm, auch in die Lava fallen Was für Lava? Da unten ist Lava Wo? Lauf mal den unteren Gange durch Den hier Das war völlig sinnlos eigentlich, aber links und rechts, äh, diese Abschweigungen, da sind Lava-Becken Oh Daher sag dich Weißt du, was hier praktisch wär? Kann ich noch ein Zauberbuch? Ne, schade Was denn? Diese, ähm, Sprungfedern einfach in die Lava schubsen Ich weiß gar nicht, ob die da unten langlaufen und von hier oben geht das, glaub ich, gar nicht Werden wir ja sehen Ja, sonst wäre das da unten ja übelst unnötig, also noch unnötiger, als du gesagt hast Hier ist ein Portal, okay So Ja, bist du soweit? Ja, ich mach einfach mal Go Na, guck mal raus, du Arschlöcher Oh, das hat sicher wehgetan Weißt du, was ich immer behalten werde, meine Pfeilwände Ich stehe total auf diese Teile Deine was? Meine Pfeilwände Deine Pfeilwände? Ja, diese, die Pfeile schießen Wie, sie sind schon nah dran Ach, die Pfeilwände, ach, jetzt hab ich das verstanden Ich hab die Wände verstanden Da war auch richtig, die Pfeilwände Nein, die, die, die Wände, also der, umkehrt, sag ich mal Äh, wo kommen sie jetzt? Bei dir, oben Und bei dir Ja, grad gesehen Boah, wie sie sind, einser fetzert, alter Ich hau da so ne aufgeladete Kugel Bäm, fliegt nur sein Einzelteil hier rum Das dürfte ein neuer Rekord sein In der Feier, äh, in dieser Feuerwand, ne? Kratzen die Ewels schnell ab Ja, die Wieders... Echt? Steht doch Jetzt, jetzt kommen sie von unten Ähm, ich nehm diese Seite unten Du nimmst die andere Okay Ich merk grad, ich hab diese Treppen dumm gebaut Ich hätte sie auf der anderen Seite bauen sollen Egal, mach ich später So, wo denn? Wo stehst du? Unten, das sind Schnelle Ach, die laufen den Gang durch Na, ne, klar Ah, du bist auf meiner Seite, scheiße Opa-Serie 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 Wooala Kamala Ich mag das hier Warte, weißt du, was ich machen kann? Ich kann die, glaube ich, alle zu einem Gang locken. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch. Und zwar will ich, dass die bei mir hochgehen. Dann baue ich nämlich die ganzen anderen Gänge zu. Das ist schlau, ja. So. Jetzt habe ich mein ganzes Geld zwar dafür ausgegeben, aber egal. So müssen sie nämlich jetzt notgedrungen bei mir hochkommen. Also hier, wo ich jetzt stehe, müssen sie hochkommen. Okay. Das heißt, wenn welche von unten kommen, weißt du auf jeden Fall auch, wo du verteidigen musst. Und da kommen auch welche von unten. Was ist jetzt deine Seite, was ist jetzt meine Seite? Das ist meine Seite. Hey, wo rennen die denn hin? Achso, die rennen einmal durch, um zu sehen, dass da hinten kein Gewick mehr ist, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die kommen aber auch von oben, ne? Den aufgelahnen Ball da. Scheiße. Wie lange kümmerst du dich um die Kleine? Ich dachte, ich muss nie. Okay, da hast du schon mal zwei durchgekommen. Hey, wie kommen die denn hier durch? Achso, ja klar, wenn sie von der anderen Seite durchrennen. Scheiße. Ne, ich hatte gerade einen Fehler beim Denken. Ja! Verdammt, sie können unten doch noch durchkommen, wir sind durchrennen. Das ist tatsächlich nicht so gut. Gleich wird's ungemütlich für die. Bisschen brauche ich noch. Dretet euch nachher die Füße ab. Verdammt, das geht nicht. Ich darf da gar nicht dicht machen. Scheiße, ich hab keine Zeit zum Denken, wie ich aufbauen soll. Warte mal. Ah, noch nicht genug, noch nicht genug. Wo kommen die denn jetzt hoch? Ähm, überall, wo sie wollen. Wir müssen nur einmal den unteren Weg durchrennen. So machen wir das. Wollen wir das jetzt so? So. Nicht genug Geld. Geld. Unten sind sie. Eins, zwei, fünf. Sie sind schon nah dran. Oh, die kommen halt hier durch. Hör, hör, hör. Alter, ist das eine schlechte Runde. Ich kann nichts machen. Oh, fuck. Jesus. Sorry. Ja, ich war jetzt mit den unten beschäftigt und hab meine Längen ganz vergessen. Das war lustig. Ist das eine schlechte Runde, ey? Hohoho. Ja. Von WRAE nach, von daher. Ich fühle mich das an, dass sie unten einfach durchrennen und dann sind sie auf der anderen Seite. Warte mal kurz, mach mal bitte nicht über die rein. Ich bin gerade am Überlegen. Weil ich hab bei mir aus Versehen ja schon über die reingemacht. Ja. Ich hab da jetzt noch Bogenschutz hingestellt. Auch wenn sie da durchrennen, die können doch da gar nicht hoch. Sind die denn hier hochgekommen? Oder bin hier irgendwie Fell platziert? Hä, ich verstehe gar nicht, wie die da hochkommen wollen. Sie kommen hier lang. Hier können sie nicht lang, weil hier die Barrikaden sind. Laufen also geradeaus weiter. Hier können sie auch nicht lang. Das heißt, sie laufen hier. Hier können sie auch nicht lang. Sie können nur den Weg gehen. Oder hab ich die gerade echt so verpeilt, dass sie da an mir vorbeigerannt sind? Ja, das muss ja so sein, weil sie können nur diesen Weg hier hoch. Also gut, von mir aus kannst du starten. Also ich muss da was verpeilt haben. Sorry, da muss ich wohl geschlafen haben. Ich hab gedacht, die kommen hier auch noch aus den anderen Seiten hoch, dabei sind sie das gar nicht. Geh mal weiter nach links, du dummer Bogenschütze. Ich weiß nicht, ob sie helfen, aber gut. Ja, ich geb mal so ein paar kleine Ballern sie ab. Die kleinen halten ja nichts. Dein Schwefel hast du nicht mit. Doch, mein Schwefel hab ich ja mit. Das steht ja überall. Und ein Shit wäre es und hier oben bei mir. Vielleicht solltest du die um den Dings bauen, um diesen, äh, wie heißt das? Nein, ich brauch da, um zu verbrennen. Das heißt, die laufen, die brennen, weil ich, äh, das rein. Das bringt, glaub ich, nicht viel. Also, die, die die kleinen, die verbrennen auf jeden Fall, ja, aber die größeren da dann. Ja, es geht mir auch um die kleinen, falls ich durchkomme oder so. Ja, aber wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, müssen sie jetzt sowieso in den Schwefel reinlaufen. Wir haben da gar keine andere Wahl. Gut, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, aber, dass man das jetzt mal dahingestellt ist. Ja, die müssen jetzt meiner Seite... Okay. Da ist einer, das springt immer irgendwie ganz komisch, aber gut. Sie sind unten! Treffer-Serie! Das ganze Fleisch ist so krass. So. Wir helfen. Äh? Den, äh, mit der unten dringend jetzt. Ich guck mir das noch mal ein bisschen an. Ja gut, wenn hier unten nicht diese Trolle kommen, würden wir jetzt wahrscheinlich... Äh, sie stacken durch! Ernsthaft? Die cheaten? Sie sind schon nah dran. Lass uns das nochmal machen. Das wird klasse. Wie sie da einfach durchgestuckt sind. Ich krieg zu viel. Und bring die Bogenschutz und was? Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe... Ja, die Autos alle so... Das sind mit ihrem kleinen VW-Golf oder so. Was weiß ich. Und dann übelst du... Also auf der anderen Seite rennen sie auf keinen Fall hoch. Dann sehen sie, dass sie da nicht hochkommen. Das wird wehtun. Oh, das ist schon die letzte Welle. Geil. Lol. Wie sie da einfach hochgestuckt sind. Ich krieg zu viel. Ja, komm. Trotzdem viel. Lol. Warte, schießt... Ja, supi, ey. Gleich für dich hier. Ja, das ist von der Decke. Schießt das Ding so runter. Ich glaub, das könnte auch Fliegen hier gut treffen. So, Leute. Ich danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Map, Leute. Tschüss.